Moin Freunde, wir reagieren heute wieder auf eine Zelda-Animation. Es wird das letzte Video sein, wo ich überhaupt auf Zelda-Animation rede. Hier ist Zelda-Animation Deutsch. Ein total legitimer Wind Waker Speedrun. Ich bin übel übermüdet, weil ich schon ein paar Aufnahmen hinter mir habe. Aber wir schauen uns das jetzt noch kurz an von Cranky. Natürlich mit dem Daumen hoch und jetzt würde ich sagen, let's go! Oh mein Gott. Es kann nur verrückt werden. Ja! Oha! Ich habe auch zu diesem Zeitpunkt diese Zelda noch nie gespielt. Keine Ahnung, was dort abgeht. Oha! Du solltest gar nicht hier sein! Ich sollte gar nicht hier sein! Hä? Ach egal, nimm einfach das hier und verzieh dich. Oha! Nice! Oh nein! Warum? Warte mal, wie bist du hier rausgekommen? Ich muss zugeben, diese Animation, die gefällt mir sehr gut. Wirklich. Stimmt, stimmt, ja. Ich kann ja fliegen, ja. Hast du unseren Postboten getötet? Na klar, ja. Ist das jetzt dein Job? Hm. Hey, der neue Postbote. Ciao, du musst diesen Brief über den Anfänger ran trinken. Ich meine, muss ja. Ich werde in der Zeit auch auf deine Hilfe warten. Ciao! Ciao, ich weiß, dass du willst. Doch, wenn du denkst, Go with this mail! I hate our mail! Waaah! Ey! Felfreuer für mich. Wunderbar. Was? Was ist hier los, Alter? Oh, meine Ohren. Red. Ich wollte gerade sagen, Link braucht keine Waffen. Waaah! Oh, Link, den Göttern sei Dank. Ich lief durch diese Höhle und... Was? Check gar nichts. Es geht hier ab, Alter. Oha. Höh? Hehehe. Mein Gott. Hä? Wer war das überhaupt? War das eine Fee? Oha. He? Ich check's nicht. Ich frag das nicht. Keine Ahnung. Also, Freunde, klärt mich auf, aber ich hab keine... Was? Ich glaub, das macht doch mehr Sinn, wenn man das Spiel denn auch kennt, oder? Oh. Hehehe. Oha! Game over. Mein kleiner Mann, ich bin's! Dein Sidekick und bester Freund, den du sicher nicht absichtlich zurückgelassen hast. Ja, ja. Link und Boat, das dynamische Duo. Egal, wohin du willst, dein Freund wird dich begleiten. Oh mein Gott. Ich fühl mich irgendwie verletzt. Huh? No. Oh. Er kommt zurück. Wie wäre es, wenn wir zusammen zu verwunschen in Bastionen reißen würden? Wir müssen schließlich Gendorf besiegen und die Welt retten, in jedem Zelda. Obwohl, ne, immer so was machst. Nee. Ach. Und ich glaub, in Link zu weikern ist man nicht. Ah. Ah. Oh. Ich. Ich weiß nicht, was ich hier mache. Hä? Was? Bis dann. Warum? Rild. Alter. Was? Soll die Scheiße. So behandelt man doch keine Lady. Richtig. Ich bin kein Mann. Ich bin kein Mann. Ich bin kein Mann. Ansonsten. Wenn ich keine Mann. Ich bin kein Mann. Ich bin kein Mann. Ich bin kein Mann. Ich bin kein Mann. Oh. Ach. Feuer. Wo sind wir? ich will nicht wissen was link getan hat vielleicht denke ich gerade auch ein bisschen zu krank aber ich glaube ich weiß schon was ihnen getan hat was heißt krank aber nicht was ich meine wenn sie die twitter ist ja hättest du ich werde ihnen die toilette runterspülen ok ok war eine schöne animation falls es auch so fandet dann lasst ein like da ein abo tut ja nicht weh oder so ja kurz vor den tauschen abonnenten und ich würde sagen tschau Vielen Dank, Herr Kau.